Es hätte so schön sein können. Ja, natürlich. Ernsthaft? Jetzt muss ich den ganzen Mist nochmal machen, oder was? Entritt Schwerelosigkeit. Na gut, wir wissen ja zumindest einfach, wie es geht. Wenn die da weg sind, springen wir da hin, dann sind wir draußen. So ist der Plan. Ein Tritt Vakuum. Ja, ja. Schnell, 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 muss das gehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ach komm, wieder hoch. Zack. Los, komm. Achtung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Natürlich. Müssen wir nur wieder reinkommen. Das wird jetzt das Problem. Gehen wir mal am besten auf der Seite. Wer da kommt. Dann gehen wir rein und dann versuchen wir zu springen. Das war doch alles. Ah, wir sind safe. Gott sei Dank, wir sind safe. Aha, jetzt sollen wir mal raus. Okay. Marsch, marsch. Machen wir auch. Mein Gott. Watt, wuah. Scheiß Viecher. So, komm. Voll Energie, bitte. Danke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sehr geil. Ähm, Problem, wir brauchen die Energie-Packung. Bleh. Ernsthaft? Jetzt muss ich die Energie-Packung erstmal holen. Oh Gott, ne, ne? Aber erstmal safen war. Muss jetzt sein. Wie sieht's denn aus? Nee, warte mal kurz Erstmal die Energie Na komm Na komm Na komm Das Witzige ist. Ich kann nicht schnell laufen. Echt wirklich laut auf dem Kopf. Voll wahnsinnig. Na ja, kommen wir jetzt aber auch. Mein Gott. Das ist ein bisschen gebrannt. Herrgott, nochmal. Jetzt gucken wir mal an der Werkbahn. Gucken wir mal was haben. Kein einzigen Knoten. Das ist ja der Wahnsinn. Ganz kurz, können wir da an den Schock ran, ohne uns zu verbrennen? Ich glaube, ja. Vielleicht können wir ja ein, zwei Knoten holen. Ganz kurz gucken. Ja, nicht wirklich. Es sei denn, wir würden was verkloppen. Ähm, Laserkanone. Müssen echt mal hier aufrüsten. Energieknoten. Noch Energieknoten. Waschmarsch. Komm. Gucken wir mal, ob wir was mitreißen können. Pulsgewehr. Flammenwerfer ist noch ganz mies. Plasma Cutter geht so. Laserkanone. Das RIG an sich könnten wir auch. Das Chinesemodul. Stasemodul hat noch gar nichts. Da hat er noch gar nichts drin. Da müssen wir erstmal noch zwei investieren, damit überhaupt mal einen Effekt haben. Das ist ja echt richtig dünn. Ja, jetzt Marsch, Marsch. Neue Spieler rein. Nachladen. Flammen. Ja, hier müssen wir auch lang. Verschlossen. Hey. Ah, eine Energieknoten. Sehr schön. Nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen könnten. Nachladen. So, was haben wir? Ja, bitte. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen. Denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Na toll. Ganz toll. Ah. Ah, schön. Oh, 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 oh. Quarantäne wurde aktiviert. Oh, 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 oh. Komm, Radler. Parathena aufgehoben. Mein Gott. Nachladen. Da ist wieder so ein Beklebe hier am Bein. Das ist sehr ekelhaft. Okay, wir sollen dann wieder zurück. Ja, alles klar. Dann machen wir das mal. Isaac. Ja, komm. Alles klar. Da hinten geht's lang. Speichern. Ach doch, hier lang. Und nach oben. Ich tippe, probiere es einfach mal aus mit Deck B. Ich weiß nicht, ob du frühst, wenn wir gleich sehen. Ne, wir müssen noch einen höher. Deck A. Oh. Ey, wo kommt jetzt dieses, mieses... Komischer Kackkäfer, du. Mann. Ja, Mann. Klaue Spinne. Okay. Sind wir richtig? Speichern wir mal. Hier krabbelt doch schon wieder irgendwas rum. Oh, Scheiße. Oh. Gibt's Würmer am Spieß. Sterbt endlich. Meine Güte, diese Viecher. Ekelhaft. Okay. Jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Verschlossen. Hier waren wir ja schon. Haben wir einen Energieknoten? Ich glaube, wir haben einen. Wir investieren gleich mal. So, wir haben einen. Und den will ich jetzt auch mal in das Stase-Modul weiter investieren. Ja, komm. Hier haben wir schon alles gut abgegrast. Alles klar. Nächster Kapitel, würde ich sagen. Wird ja auch langsam mal Zeit. Meine Güte. Ja, natürlich speichern, wa? Und das andere wäre ja fahrlässig. So. Suchen und retten. Alles klar. Mädel, wenn du noch schneller redest, überschlägst du dich bald mit der Sprache. Ganz ehrlich. Okay. Hier geht's weiter. Sieht wieder lecker aus hier. Oh, oh. Das hat sich nicht gut angehört. Haben wir irgendwas an Kohle? Ich fürchte ja fast nicht, ne? Ich fürchte ja fast nicht. Das ist ein Witz. Hauptatmung. Ah, alter Scheißviecher. Wo denn? Wo denn? Oh, hier nicht mit so einer Glibberbeutel. Hier noch ein Einkaufs-Tischchen. All die Taschen. Oder Netto-Tüten. Na, wie geht der denn noch? Aha, daneben geschoben. Scheißviecher. Jetzt reicht's doch mal hin hier. Ich zerlege dich in deiner Einzelteile. Blödes Vieh. Spinne. Seid ihr jetzt endlich fertig, ja? Darf ich jetzt endlich weitermachen? Danke. Herz aller Liebs. Meine Güte. Das ist ja eine Lästigkeit schon gar nicht mehr zu überbieten. Hier liegt nur was. Hier liegt glaube ich auch noch was. Ne, ist nur ein Licht. Okay. Ah, warte mal kurz. Hier sind ja noch loiter Truhen. Die USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. Warum ist es all dark? Ich sehe nicht any running lights. Das ist schön. Holden. By Maritime Law, Article 5469. �� Jed Themen.